Wir sind hier, wir sind dort, weil man uns die Freiheit braucht. Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier. Wir sind hier, wir sind laut, weil ein Gott ist frei und nicht laut. Wir sind hier, wir sind laut, weil wir sind laut. Hau Gott! Hau Gott! Hau Gott! Hau Gott! Hau Gott! Hau Gott! Wir appellieren an ihre Vernunft. Bring den doch mal weg. Wir appellieren an ihre Vernunft. Bring den doch mal weg. Unterlassen Sie es, irgendwelche Veranstaltungen hier durchzuführen, obwohl ein gerichtliches Verbot dagegen besteht. Sie wissen genau, dass Sie nicht das Recht dazu haben. Aus diesem Grund erfolgt nochmals die Aufforderung, Ihre Versammlung hier sofort aufzulösen und sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Das hier und heute und seitens der Stadt, der Stadtholizex, demokratischen Grundmächte versucht werden auszuhebeln. Nicht mit uns! Das war massisch unaufwendig sein, und das ist nicht anwesend. Das werden wir heute, das gehen los nicht. Wir sind hier, weil wir sterben, und das ist wirklich klar. Das ist nicht, dass wir da sind, dass wir da sind, dass wir da sind. Das ist nicht, 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 dass wir da sind. Die Postkirche steht in Deutschland als Symbol, als die Wege der demokratischen Bewegung in Deutschland. Die Hörer da drüben, ihr werdet gefeiert. 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 Die Hörer da drüben, ihr werdet gefeiert.